Oh Gott, jetzt geht's los. Oh, was ein schöner Sitz. Oh, was sagst du? Mann, oh, was sind denn das alles hier für Dinge? Ja, das sind alles die Knöpfe, womit du das dann steuerst. Du kannst ja mal hier die Kupplung durchtreten. Ich will hier gar nicht fahren. Nein, kannst loslassen. Der Sitz hier rauf und runter. Ja, der pumpt jetzt selber auf. Das ist ja Wahnsinn. Ich könnte jetzt aber einen schöner Sitz tun. Ist bequem, ne? Ja. Ja, hast du Sitzheizung und alles mit bei. Und wenn du jetzt mal den Joystick in die Hand nimmst. Welche Kissen? Ne, den daneben, den großen. Damit fährt man. Also den musst du hier quasi so umzugreifen. Und so würdest du den fahren. Also wenn du den nach vorne und hinten ziehst, damit fährst du dann. Oh Mann, du musst ja zur Technischen Hochschule erst, wenn du den bedienen kannst. Und was sagst du? Erster Eindruck? Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, vor allem, du hast ja noch mitgemacht mit Pferd und Wagen, das alles abzutransportieren und so, ne? Ja. Allein schon die Kabine, dass die zu ist, alles. Ja. Rundum. Ja. Wir mussten ja noch Pelzkappe aufsetzen, sozusagen beim ersten Mal mitfahren. Ja. Wann haben wir den ersten Trecker denn gekriegt? Da war ich doch schon, ich glaube, erst 55. Aber wie gefällt dir der sonst in der Kabine? Sehr gut. Das ist ja wie im Wohnzimmer hier. Da macht das Arbeiten schon Spaß. Wie alt warst du jetzt noch? 93. Damit die Leute das auch wissen. Ja. Willst du noch mal jemanden grüßen? Nee. Ich grüße euch alle. Mann. Erstmal wieder hochkommen. Warte, ich zieh dich eben hoch. Ist hier ein Griff? Ja, warte. Hier ist der Griff. Ja. So, und dann hier erste Stufe. Vor zehn Jahren wäre ich noch reingesprungen. Oh Mann. Ja, alles gut. Wo hast du deinen Stock? Da. In Fahrrad. Aha.